heute mal ein kleines und kurzes feines video es geht hier um nichts anderes als dieses kleine modell das ganze ist so ein bisschen auch als geschenk gedacht born to ride also wir sehen schon es handelt sich um so ein harley fan geschenk vielleicht motorcycle bottle opener so das ganze ist genau das was sagt aber nämlich kein bottle opener sondern es ist hier so ein verschluss für wein und co und der funktioniert relativ simpel wir haben hier einfach diesen stöpsel und im prinzip wenn das hier unsere flasche ist steckt mit dem hier oben drauf dann kommen diese kleinen lappen verschließen das ganze sauber und dann können wir das ganze auch noch später noch mal nachträglich trinken sind von der verarbeitung her ist das auch sehr schön gelungen dass es hat sehr viele details man hier sehen kann auf beiden seiten und wenn das ganze da mal vielleicht gereinigt werden muss dann kann man das hier oben auch abnehmen damit das wirklich nicht beschädigt wird und kann das ganze land easy peasy einfach mal ja die clean und dann eben wieder nutzen ansonsten von der verpackung her wirklich meine meinung auch etwas was hochwertig aussieht dadurch auch in der präsentationsart und dadurch wirklich auch als geschenk definitiv etwas taugt und damit sind wir auch damit schon durch